Ja, Shalom und Gottes Segen zusammen. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute um den Neuen Bund Gottes gehen soll. Wir Christen leben ja im Neuen Bund, nicht im alten Aronitischen Bund und Priestersystem, weswegen wir uns mal anschauen wollen, was sich für uns Christen in diesem Neuen Bund geändert hat. Und dazu wollen wir auch einen Blick werfen auf den ein oder anderen Alten Bund, denn einige Bündnisse haben ja aufeinander aufgebaut, sozusagen. Wir lesen im ersten Buch der Bibel in Genesis 6, Vers 18 und Kapitel 15, Vers 18 über Noah und Abraham folgendes, Hier sehen wir also, dass Gott einen Bund geschlossen hat. Zunächst mit Noah, mit Abraham, dann mit Moses und so weiter. Also es gibt nicht nur ein oder zwei Bündnisse, sozusagen. Aber was wir hier sehen, unter anderem, dass Abraham und seinem Samen, ihm und seinem Samen wurde das Land gegeben. Und es wurde prophezeit, dass seine Nachfahren, sein Same, dieses Land, unter anderem Israel erben soll. Und wenn wir uns mal anschauen, was im Neuen Testament steht, wer dieser Same Abrahams ist heute, da lesen wir in Galater 3, Vers 29, Wenn ihr aber Christus angehört, mit anderen Worten, wir Christen, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung erben. Wer wird also das Heilige Land erben? Die Christen, weil wir Christen Israel sind. Wir gehören zum Haus Israel. Und das ist wichtig, wenn wir uns dann nachher noch den Neuen Bund anschauen, denn Gott hat ja nie einen Bund mit Heidenvölkern geschlossen. In dem Sinne, dass er mit ihnen einen Bund gemachte, wie mit Israel oder hier, wie mit Abraham oder Noah. Und das schauen wir uns direkt im nächsten Buch an, in Exodus, Kapitel 31, Vers 16. Da heißt es, Das heißt, egal welche Bündnisse dann noch kommen, der Sabbat ist ein ewiger Bund, ein Bestandteil, der nicht aufgehoben werden wird. Wir wissen, Jesus hat den Sabbat geheiligt, alle Apostel, die meisten Christen, bis dann Kaiser Konstantin kam. Und wir wissen, dass auch im Königreich Gottes der Sabbat von allen Menschen auf der Welt auch den Heidenvölkern geheiligt wird. Aber das ist leider bei vielen heute im Christentum nicht der Fall, weil sie eben glauben, sie gehören nicht zu Israel und demnach auch nicht zum Sabbat. Obwohl es ja das vierte der zehn Gebote ist und mit den anderen neun Geboten hat man im Christentum keine Probleme, mit dem vierten schon. Schauen wir uns an, was geschrieben steht über diejenigen, die nicht Israels Blutlinie entsprechen, was für sie gilt. In Jesaja 56, Abvers 6 heißt es, Und die Fremdlinge, die Nicht-Israeliten, die Heidenvölker sozusagen, die sich dem Herrn anschließen, wie wir Christen, um ihn zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und um seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem Heiligenberg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Wir lesen also hier, dass auch die Fremdlinge den Sabbat nicht entheiligen sollen, weil wenn man den Sabbat entheiligt, dann hält man eben nicht am Bund Gottes fest. Denn wir lesen ja, wir sollen den Sabbat nicht entheiligen und an seinem Bund festhalten, das galt damals und das gilt auch heute. Aber schauen wir uns mal an, was man damals gemacht hat, denn dasselbe ist leider heute im Christentum größtenteils auch der Fall. Im Psalm 78, Vers 10 und in Jesaja 24, Vers 5 heißt es, Sie bewahrten den Bund Gottes nicht und weigerten sich nach seinem Gesetz zu wandeln. Kommt uns bekannt vor, das Christentum nährt ja auch, dass Gesetze abgeschafft und so weiter und so fort. Denn das Land liegt entweit unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Das heißt auch hier wieder, genau wie der Sabbat, sehen wir auch hier mit den Geboten des Gesetzes Gottes, dass es ein ewiger Bund ist und man hat die Satzungen, also auch die Gebote Gottes abgeändert, verändert, so wie man es im Christentum auch getan hat, Speisengebote abgeschafft, Sonnentagsheiligung statt Sabbat, Ostern, Weihnachten, Halloween teilweise statt Feste Gottes und so weit sind wir also gekommen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne und naja, so ist es leider. Wir schauen uns jetzt mal an, was der Prophet Daniel geschrieben hat in Kapitel 9, Vers 4, was auch Ausdruck des Bundesgottes ist. Er sagt, Ich bete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekenne oder bekannte und sprach, Ach Herr, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, was wir auch laut Neuem Testament ja tun sollen. Und hier sehen wir also, dass die Gnade Gottes und der Bund den Gott mit seinem Volk aufgerichtet hat und aufrichten will mit jenen, die ihm noch nicht beigetreten sind. Für die gilt, die Gott lieben und seine Gebote bewahren. Und das ist, wie gesagt, heute leider nicht bei allen Christen der Fall. Also schauen wir uns mal an, was sich im neuen Bund geändert hat, nach und nach, und vor allem auch für wen der neue Bund denn gilt. Nicht für die Heiden, das kann ich schon mal sagen, denn in Jeremiah 31, auf Vers 31 heißt es, Siehe es, kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde, denn sie haben meinen Bund gebrochen, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz, das ja damals gebrochen wurde, in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und laut Altem und Neuem Testament ist der Name des Volkes Gottes nach wie vor Israel. Daran hat sich nichts geändert, deswegen der neue Bund gilt für das Haus Israel. Das heißt, die Christen, die sagen, die Teil des neuen Bundes sind, gehören, ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wahrhaben wollen oder nicht, zum Haus Israel, aber zu keiner Religion und zahlreichen Konfessionen, die mit dem Volk Gottes leider mit diesem Namen nicht zu tun haben wollen. Aber wir schauen auch ins Neue Testament und schauen uns mal an, was es da mit dem neuen Bund auf sich hat, laut Hebräer 8, Abvers 7, denn da heißt es, denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Hier wird also bestätigt und zitiert aus dem Alten Testament, was den neuen Bund sozusagen ausmacht. Es soll ein neuer Bund gemacht werden, in dem die Gesetze, die damals auf Steinen geschrieben wurden, beziehungsweise auf Papier und in Steinen der Herzen leider keinen Eingang gefunden haben, weil man die Gebote nicht halten wollte. Diese sollen jetzt eben in unsere Herzen geschrieben werden, damit wir im Glauben an Jesus die Gebote Gottes halten, weil wir auf jeden Fall den Messias auf unserer Seite haben und das Evangelium, die Erlösung, was im Alten Bund wegen dem alten Priestertum ja nicht der Fall war. Wir bleiben im Hebräerbrief und kommen in Kapitel 10 ab Vers 14 an, da schon uns auch an was geschrieben steht, nämlich, denn mit einem einzigen Opfer hat er, nämlich Jesus, die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, Also erneut auch in diesem Kapitel wird vom neuen Bund geredet, von Jesus Christus, deswegen gibt es jetzt auch einen Unterschied zwischen altem und neuen Bund, aber eben nicht, was die Gebote des Gesetzes angeht, denn den sollen wir nach wie vor halten, sogar mehr und in mehr Hingabe zu Gott durch Jesus Christus als im Alten Bund. Zusammengefasst, auch wenn es mehrere Punkte gibt, könnte man sagen, der Alte Bund, das beinhaltet das Priestertum nach Aaron, das Aaronitische Priestertum. Man brachte nicht die Erlösung durch diesen Alten Bund, man benötigte einen Tempel oder eine Stiftshütte, wie hier links auf dem Bild. Man brauchte Tieropfer, die notwendig waren, aber das Halten der Gebote Gottes, wie Sabbat und so weiter, war auch Bestandteil des Alten Bundes. Der neue Bund, das ist die Priesterschaft laut neuem Testament der weisen Melchizedek, dieser Bund bringt die Erlösung durch Jesus Christus. Man benötigt keinen Tempel mehr oder eine Stiftshütte, weil wir laut Bibel ein Tempel Gottes sind, in dem der Heilige Geist wohnen soll. Tieropfer sind unnötig, weil Jesus das Lamm Gottes für unsere Sünden gesünd hat am Kreuz. Aber das Halten der Gebote Gottes ist nach wie vor Bestandteil des neuen Bundes, denn sonst wäre ja das Gebot, keine Gebote zu halten und die Gesetzlosigkeit zu tun und zu lehren und zu predigen, was ja leider im Christentum der Fall ist. Darin sollten wir uns nicht beteiligen, wir schauen uns an, wie das Volk Gottes auszusehen hat und in der Endzeit, in der Drangsal aussehen wird, damit wir wissen, mit was wir uns hier beschäftigen müssen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 3, in Offenbarung 12, Vers 17 und in Kapitel 14, Vers 12 heißt es, Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Wie wir im Alten Testament beim Altenbund gesehen haben, die Liebe zu Gott, die Gnade bewahrt Gott denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nichts hat sich geändert. Und der Drache Satan wurde zornig über die Frau, das Volk Gottes, und ging hin, um Krieg zu führen, mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Einige bewahren nur die Gebote Gottes, wie die meisten Juden, die nicht an Jesus glauben. Und die meisten Christen, die bewahren vielleicht den Glauben an Jesus, aber nicht die Gebote Gottes. Am Ende wird zusammenkommen, was zusammen gehört, so wie das alte und neue Testament. Denn es gibt nur einen Gott und er ändert weder sich noch seine Gebote. Nur eben die Priesterschaft hat sich geändert, aber nicht der Sabbat oder die Feste Gottes. Deswegen halten wir auch im neuen Bund Gottes fest, indem wir an Jesus glauben und die Gebote halten. Denn das ist auch etwas, was Jesus uns gelehrt hat. Und daran sollten wir festhalten, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht. Der Sohn Gottes, der König der Könige, Jesus Christus und laut Bibel, die Gebote des Gesetzes Gottes, die laut Heiliger Schrift alle, die Wahrheit sind. Amen, bleibt gesund und Gott segne euch. Musique Musik Untertitelung des ZDF, 2020